hallo meine lieben freunde meines kanals ja gestern im video habe ich ja die milankovic zyklen angesprochen aber nur so ganz kurz ich gehe immer davon aus dass man sowas auch googeln kann vielleicht ist es ja der größte fehler den ich machen kann aber was sind denn jetzt die milankovic zyklen also gut schauen wir uns das ganze doch einfach mal an milankovic zyklen beschreiben verschiedene abläufe über einen längeren zeitraum und zwar was passiert mit der erde in unserem sonnensystem über einen längeren zeitraum hinweg und da unser sonnensystem aus verschiedenen objekten besteht unter anderem der sonne hier in der mitte der erde merkur venus mars und da draußen dürfen wir nicht vergessen wo ist er denn der jupiter jupiter saturn und so weiter und so fort also es gibt sehr viele masse masse von massen große massen in unserem sonnensystem das ist das eine und das hat natürlich auswirkungen auf die erde unter anderem auf die sogenannte exzentrizität der erdumlaufbahn wenn wir die umlaufbahn einblenden dann sehen wir dass bei merkur zum beispiel eine ausgeprägte exzentrizität existiert das heißt also der ist einmal weiter weg von der sonne und wenn er dann hier so rüber rast dann ist er näher dran an der sonne das hier ist dann die exzentrizität als heißt es ist nicht perfekt kreisrund sondern dort eiert da so ein bisschen rum das gilt für die venus und das gilt auch für die erde auch nie auch die erde hat keine perfekte kreisrunde bahn und jetzt kommen wir eben zu diesem schwankung zu diesen schwankungen exzentrizität dieser zyklus dauert etwa 100.000 jahre während phasen höhere exzentrizität kann die erde näher oder weiter von der sonne weg sein was die menge an sonnenenergie die die erde erreicht beeinflusst als kinder haben wir immer gedacht der winter kommt weil die erde weiter weg ist von der sonne ja aber das ist nur bedingt so also längerfristige klimatische abläufe können tatsächlich auch mit der exzentrizität zu tun haben und das erkläre ich jetzt mal ganz kurz wenn wir uns mal die erde hier anschauen die eiert hier so rum um die sonne ja und momentan haben auch eine exzentrizität also wir sind tatsächlich ein bisschen also im jahresverlauf näher an der sonne oder weiter weg und jetzt zeige ich euch mal was passiert wenn wir die exzentrizität erhöhen das heißt also wenn man das ganze hier nach außen schieben ist jetzt natürlich übertrieben ja also die erde hat niemals die maßumlaufbahn erreicht aber nur um das mal zu zeigen dann passiert folgendes und das ist jetzt ganz entscheidend es sind minimale abweichungen aber diese minimalen abweichungen können extreme auswirkungen haben wir sehen nämlich jetzt dass die erde da draußen wenn sie jetzt hier einmal so um die sonne will wesentlich länger da draußen ist als sie näher an der sonne ist das liegt daran dass die erde hier immer langsamer wird weil eben hier diese laufbahn dann auch so definiert ist und die zeit die sie da draußen verbringt also weiter weg von der sonne ist länger als die zeit die sie näher an der sonne daran verbringt das ist einer der milankowitsch zyklen die exzentrizität und dementsprechend die sonnenenergie die die erde ab bekommt das ist minimal ja aber das kann natürlich dazu führen dass wenn die exzentrizität extrem ausgeprägt ist also bezüglich auch der ausdehnung solcher zeiträume dann kommt es zu einer abkühlung auf der erde minimal also das ist erstmal das ist mal einer dieser zyklen das heißt also exzentrizität spielt eine rolle wie passiert denn das jetzt ja warum warum ist die erde da plötzlich mal ein bisschen weiter draußen und das hat etwas damit zu tun dass wir hier ein ein zusammenspiel haben aus massen in unserem sonnensystem das heißt es nehmen wir mal jupiter oder nehmen wir mal venus mars sonne mond spielt auch eine rolle das heißt also diese ganzen massen bewegen unsere erde mit und da kann es dann eben zu solchen abweichungen kommen und je nach harmonie in unserem sonnensystem bezüglich auch der umlaufbahn verschiedener planeten oder oder massen kommt es dann zu einer solchen abweichung dass sich die exzentrizität verändert und das führt dann zu einem dieser zyklen dann gibt es noch einen zyklus ja der ist auch interessant es ist die sogenannte axiale präzision wenn wir uns mal die erde hier anschauen dann dreht die sich ja das heißt also wir haben hier muss man einblenden eine achse hallo erde er ist langsamer machen weil sonst schaut es so komisch aus das heißt also die erde dreht sich um eine achse und die achse die ist nicht immer gleich da gibt es jetzt verschiedene einflüsse zum einen die neigung und die axiale präzision die axiale präzision sind so ungefähr dieser zyklus dauert so circa 26.000 jahre das ist ein solches geeiere hier ja das heißt also die achse dreht sich in diesen 26.000 jahren einmal um so einen kreis herum ja versucht es jetzt hier mal anzudeuten ich hoffe das haut einigermaßen hin und das hängt jetzt damit zusammen dass der mond eine rolle spielt das hat aber auch etwas damit zu tun dass hier in der erde natürlich auch masse verlagerungen stattfinden und diese axiale präzision das ist auch ein milankowitsch zyklus also nicht die das kippen der achse also in eine richtung so sondern eine kreisbahn die diese achse vollführt da haben wir eben dann auch eine abweichung wenn man zum beispiel mal die nordhalbkugel nimmt wenn das wenn sich das hier so dreht und seht ihr selber jahreszeit ist die gleiche ja aber wenn sich das hier so dreht bekommt nur der norden plötzlich wesentlich weniger licht und wenn es dann wieder zurückdreht dann gibt es wieder kriegt er wieder mehr licht der norden mal einfach die sonneneinstrahlung der winkel dann wieder besser wird und dann dementsprechend auch direktere sonneneinstrahlung möglich ist während das bei einer abweichung in dieser axialen präzision dann dazu führen kann dass die die nordhalbkugel benachteiligt ist was die direkte sonneneinstrahlung angeht ich zeige das übrigens hier jetzt sehr überspitzt ja also die erdachse macht nicht sowas sondern sondern das sind minimale abweichungen vielleicht maximal so ja ganz kleine abweichungen sind es aber eine als entscheidend ja wie wie viel licht bekommt jetzt zum beispiel europa und das hat eben dann was mit den eiszeiten zu tun und dann gibt es noch die neigung der erdachse periodisch zwischen 21 22,1 und 24,5 grad über einen zeitraum von circa 41.000 jahren also präzisionszyklus 26.000 jahre neigungszyklus 41.000 jahre also auch eine schwankung der erdachse ja die dann noch mit dazu kommt zu diesem ganzen thema diese neigung also diese neigung der erdachse die führt dann unter anderem dazu dass auch wieder weniger licht oder sonneneinstrahlung nicht mehr so direkt in einem steilen winkel auf die erdoberfläche in nordeuropa fallen kann sondern dass das ganze sich dann dementsprechend ändert und weniger energie dort ankommt und dann gibt es noch eine also es gibt noch verschiedene verschiedene andere einflüsse auf die erdumlaufbahn generell also aber was euch merken könnte ist die exzentrizität dann die axiale präzision und die neigung der erdachse all das das sind die drei zyklen die das ganze befeuern und dann haben wir natürlich auch in einem bestimmten zeitraum eine überlagerung dieser zyklen das heißt also wenn die achs neigung und die präzision ja und dann auch noch die exzentrizität sich überlagern im negativen sinne für die nordhalbkugel dann geht es richtig ab das heißt also wenn das alles dann zusammenfällt und du die maximale nicht ein strahlung hast dann hast du einen ganz kräftigen ausschlag nach unten was die temperaturen angeht wenn das ganze sich extrem begünstigt das jetzt zum beispiel die präzision und die neigung und dann die exzentrizität günstig ist dann wird sehr warm und das kann man sich ja ausrechnen wieder wie sie wie diese zyklen dann ineinander sich dann verhaken können und dann eine verstärkung dieser zyklen herbeiführen kann sei es also eiszeiten warmzeiten und das ist eben die die beschreibung dieses ablauf ist was mit der erde denn passiert und es gibt noch andere abläufe zum beispiel wenn wir mal noch mal die generelle bahn der erde uns anschauen und noch mal ganz kurz drauf schauen ich glaube ich habe ich habe die erde glaube ich jetzt sowieso kaputt gemacht ich glaube so wird sie nicht mehr funktionieren das heißt also mit dem ganzen rumgeschieben mit der achse und wenn er jetzt mal ganz kurz da noch mal hinschaut ich mache jetzt mal venus raus merkur raus mars raus also damit man mal die die scheibe mal ein bisschen anschauen können aber mal den hintergrund noch mal weg nein nicht oben oberflächen verriegelung hintergrund will ich weg machen so jetzt mal ganz genau hinschauen und mal die bahn betrachtet ja von der erde dann seht ihr dass die nicht ganz genau auf einer auf einer scheibe ist ja das heißt also die ist ein bisschen das mal ein bisschen weiter oben und mal ein bisschen weiter unten was jetzt die ausrichtung zur sonne angeht da gibt es eben jetzt auch noch einen einfluss das hat dann auch damit zu tun welche zu welcher jahreszeit also zu welcher jahreszeit ja welche hälfte der erdkugel mehr licht bekommt das hat etwas damit zu tun dass die erde mal ganz kurz die bewegung jetzt muss ich was ganz kurz mal gucken die inklination ja das heißt also wenn ich die jetzt ein bisschen so nach unten schiebe der erde dann seht ihr dann ist das auch ein impact auf die generell die klimatische bedingung das heißt also wenn die inklination dann sich ändert auch zum beispiel durch große massen in unserem sonnensystem weil der jupiter ja auch zwar schon so ungefähr kreis rund um die sonne eiert ja also in einer scheibe also wenn man das alles jetzt in einer scheibe machen würde dann werden manche planeten ein bisschen weiter oben und ein bisschen weiter unten und so hast du eben auch masse verlagerungen in unserem sonnensystem die unter anderem auch die inklination der erde verändern können das ist auch ein zyklus über einen sehr langen zeitraum und all das zusammen all das zusammen das sind zyklen die das erdklima beeinflussen so mein lieben ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt mit universe sandbox da geht das eigentlich relativ gut und natürlich könnte man jetzt auch stundenlang darüber referieren über die milankowitsch zyklen aber denke so den ansatz hat man jetzt verstanden dass die position der erde im sonnensystem achs neigung die exzentrizität eine rolle spielen bei längerfristigen klimatischen entwicklungen und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne zeit vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020